Wenn aus Handwerk Begeisterung wird und aus einer Idee Tradition, dann entstehen Biere, die den Horizont an Möglichkeiten erweitern. Seit 1878 entwickeln wir mit unserer Brauerfamilie immer wieder neue Biere und arbeiten tagtäglich, ob am Braukessel, im Office oder unterwegs bei unseren Kunden, am Erfolg unseres Geschmacks. Unsere Biere sind echt, begeistert, gebraut. Und das schmeckt man. Denn nicht ohne Grund sind unsere Biere mehrfach ausgezeichnet. 2021 wurde unser Kellerbier zum weltbesten Lagerbier gekürt. Und 2022 wurde es vom International Craft Beer Award zum Kellerbier des Jahres ausgezeichnet. Unsere Menschen und ihre Geschichten machen Carlsberg zu dem, was wir sind. Unsere Brauerinnen und Brauer verbinden traditionelles Handwerk und Fokus auf das Reinheitsgebot mit Kreativität und Mut am Braukessel. Besonders unsere jungen Brauerinnen und Brauer hinterfragen mit Begeisterung die Konventionen und finden immer wieder neue, kreative Wege, um außergewöhnliche Geschmäcke zu erschaffen.